So, meine lieben YouTuber, hier sind wir wieder mit einem neuen Yu-Gi-Oh! Duell! Mit dem... Bene! Dieses Mal! Genau! David 4-3-5-7-8 gegen Bene! Ja! Bin mal gespannt, was das wird! David hat ja schon groß betont, dass er da Bene... Ja, gegen Bene ist es locker! Erledigen! Er ist noch ein Einsteiger! Ja! Im Yu-Gi-Oh! Das ist gar nicht! Ich bin mal echt gespannt! Hast du mich eigentlich das letzte Mal im Yu-Gi-Oh! Spielen sehen? Vor zwei Jahren? Nee! Doch! Ein Ton! Autsch! 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 Ach... Autsch! Aha! Autsch! Autsch! Ein prosch! Autsch! 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 EinsSnimo! W-Wie mal passiert! Ah, komm schon! Du solltest dich lieber nicht so viel darüber auflegen, als ich weiß. Dann aktiviere ich verräte welche Schwerter und lege Gerümpel. Gerümpel. Gerümpel synchronisieren. Er sagt Gerümpel synchronisieren, dann kommt ein Gerümpel. Ja, ja, von deinem Ende. Du bist Kambener. Dann ziehe ich eine Karte. Die zwei Karten verdeckt. Und... Kann mir auch keine sagen, oder? Nein, ich meine, was das für Gerüche sind. Motorrad! Wer geht das denn? Rufe... Gofflenberg. Kontrolle. Tätige der Ermächtiger. Okay, Alter, dann geht der richtig gleich ab hier, ey! Ja, wow! Uh, wow! Der Wimmel zeigt, was er als Einsteiger drauf hat. Himmels Pegasus, aktiviere den Effekt. Diese Karte wird zerstört, oder du zeigst 1000 Lebenspunkte und sie wird nicht zerstört. Aber Exismaterial musst du trotzdem abhängen. Ja, ich sehe mein Exismaterial bald aus. Ja, okay, von mir aus... 1000. Oder nutzt es mir das jetzt? Also, was machst du jetzt? Zahlst du jetzt 1000, um den Effekt zu annullieren, oder tust du es nicht? Ach, 1000 zahle ich. Ja. Okay. Beendest du? Ja. Okay, dann ziehe ich mal eine Karte. Autsch! Ich sage nur Autsch. Erstmal rufe ich noch dazu den Drehtdrache. Dann aktiviere ich... Und dann... Nein, das mache ich noch nicht so. Du kannst ihn gar nicht zerstören, ne? Eine Nummer kann nur von einer anderen Nummer zerstört werden. Doch. Die kann auch durch feine Zauberkarten zerstören. Ja, aber ich meine... Ja, 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 ja. Das meine ich ja, aber ich gucke, ob das sich lohnt zu machen. Ja, aber ich meine... Ich habe ja jetzt... Das gemacht. Ach, scheiß drauf, ich beende. Ich habe nur noch... Ich habe nur noch... Zwei Sichtschlepper. Sonst ziehe ich mal eine Karte. Dann habe ich noch 2. Das sehe ich noch später aus. Wie soll einer uns da... Eine Verteidigungsbesitzung? Wie viel hat das denn? 2000. Hm. Ja, du kannst mich nicht angreifen. Ja, ich überlege. Jetzt chill mal. Nein, ich hätte ja nur... Wenn du mich angreifen würdest. Hm. Ich überlege aber. Das ist jetzt eine schwere Überlegung. Ob ich es mache oder nicht mache. Nein, ich lasse sie. Okay. Spendung. Okay. Noch nichts. Ich hebe sie mir vor Wasser noch. Dann bin ich dann. Warte. Mhm. Soll ich? Soll ich nicht? Soll ich nicht? Ja, okay. Dann mache ich das. Weg damit. Mit welcher? Ich habe sie mir aber trotzdem dagegen geprescht. Wir fangen die Karte ab und zerstören. Die Karte gefällt mir nicht. Super. Und? Du hast Glück. Ah, Ansanjang das Geburt. Du hast Glück. Ansanjang das Geburt. Ah, das war sehr schön. Aha, das war ein sehr guter Plan, den ich einzusetzen. Hm. Okay, dann habe ich das. Dann hatte meine 2, 3. Das ist immer so einfach. Warte. Das könnte mir jetzt noch helfen. Ich könnte auf 7 Syncro machen. Mach was du möchtest. Mach was du möchtest. Aber wenn es sich lohnt. Mach das. Ich guck mal, was ich mit 7 anfangen kann. Ich könnte wie immer mein Liebling rufen. Und das ist deine Sache. Immer noch. Ich kann nur den rufen. Und das lohnt sich eher. Es lohnt sich eher. Es ist deine Sache, was du machst. Nicht unsere. Okay. Dann mache ich eine Syncro. Ich werfe Alexander Drache weg und Empfängerkrieger weg und rufe dafür. Ich sehe die Urgelung. Ja, gut. Dann frage ich dich nochmal. Warte, warte, warte. Na, ich frage dich jetzt einfach. Zerstört oder 1000 Lebenspunkte? Hm. Das ist nur 7000, aber egal. Jetzt sag. Jürg mich. 1000? Ja, wieder. Ups. Dann hast du nur noch 6000. 2000 Minus. Ja. Ja, ich hab nur noch 6000. Ach, ich hab mir 6000 ausgenommen. Das geht doch schon mal, oder? Mhm. Also bin ich so einfach zu beziehen. Ja, wenn du vorbei bist und ich mein Zug hab, sind meine Lichtschörter weg. Ja, ich bin jetzt dran, ne? Ja, nach deinem Zug sind erst die Lichtschörter weg. So ist das. So ist das. Warte mal, du kannst doch vollziehen. Wenn du keine Handkarten hast. Ja? Ja. Ja, wir machen ja Vorschriften. Mach ich so. Darf ich in demselben zu? Nein, in demselben nicht. Nein, nein. Erst wenn du wieder dran bist. Wennst du? Hm? Okay. Erstmal zieh ich voll. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Fünf. Sechs. Die sind erst mal weg. Dann. Dann. So. 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 Was mach ich jetzt noch? Ach, egal. Monster-Inkarnation. Wer trägt gerade hier? Interessiert mich nicht. Wen könnte ich zurückholen? Ja, kommt doch nicht auf die Hand, oder? Wo kommt hier? Ja, auf die Hand, genau. Ja, nur zur Info. Ich habe Alexandretrafer gerufen. Hey, warte mal. Ach so, du hast die... Ja, und ich habe mir die jetzt gerufen. Das ist Gedankenkontrolle, das ist eine andere Art von... Wie lange hält die an? Nur eine, bis zur Info. Die ist weg, dann so. Dann habe ich jetzt Vorteile. Erstmal... Ich hoffe, dass er nicht dieses Gedanke hat. Soll ich das? Soll ich das? Ich riskiere das. Versonnen? Nein! Ach, schade. Ich riskiere das. Ich bin wirklich weg damit. Der Flip auf die Wirt sich trotzdem. Die Garte wird weg. Und dann komme ich zurück. Dann... 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 Ich kann mich angreifen, dann kriege ich 300 Schaden, dann habe ich aber... Ja, okay... Jetzt habe ich dich ausgedrückt. 300 Schaden! Dann darf ich dir deinen Schaden und ich mache mit dem von Benen, okay? Ich habe 600... Ja! Das sind 200 von... Dann habe ich noch 900. Äh... Ja, okay! Okay! Darf ich? Nein, ich bin... Was ist das denn? Mal... 1... 2... 3... 4... 5 oder 6? 6! 6! Ah! Schöne... Neue... Handkarten! Ja... Ah! Das ist ja wirklich schön hier! Oh! Ist das schön! Wenn du mich schwörst! Hm! Mach was du willst! Ja! Ich muss jetzt überlegen! Wie viel habe ich denn die Rumpelkriege eigentlich? Ein anderes Rumpen? Etwas 300! Hm... Was willst du machen? Hm... Ich überlege! Kling es nicht viel! Ich bin... Schöne... Plot... Yes! Kläger! Eine Karte verdeckt... Nein... Ich bin... Nein... Dann bin ich... Dann bin ich... Säckuritzurüste! dann wird er gefesselt er wird gefesselt ja, dass wir angreifen, mein Monster wird zu stolz und ich bekomme auch keinen Schrauben ja klar, du musst einmal kurz was durchgucken so, dann bist du warte, noch nicht und das ist nicht gut für mich nicht gut ich weiß nicht, wie ich das riskieren soll ich wusste es warte, ich gelbe noch, dass ich in der Battlefest bin ich habe die Battlefest noch nicht abgebrochen also darf ich diese Karte spielen, ihn wieder zurückholen und ich versuche es nochmal aber du bist schon in der Battlefest, du darfst mich nicht mehr angreifen doch, während er in der Battlefest ist und dann eine Fallenkarte aktiviert, dann geht es noch ja, gut also, was machst du jetzt? das geht Entschuldigung von mir aus ich bekomme also von mir aus, ich bekomme 500 500 500 Schaden also 5,5 ja, ich habe nur 5,5 wow ja, das ist doch schon mal was ich habe noch ich habe nur 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 3,5 3,5 3,5 Von mir aus 1,5 3,5 3,5 1,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5 5,5 5,5 5,5 So, jetzt super lege ich mir, muss ich mal aufkommen. 2200 auf dein dunkler Krieger. Auf den 2200. Also habe ich 400, also minus 700. Ja. Den kann ich ja nicht angreifen. Kannst du schon, aber ich krieg Schaden, aber er wird nicht zerstört. Wie viel hat er denn? Ne, mit 2000. Ja, dann habe ich minus 900. Also insgesamt meinst du jetzt? Ja, und er hat minus 2005. Ja, ich habe 5, 5. Okay. Und ich habe jetzt siemens. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Noch nicht gut. Das könnte ich noch machen, oder? Soll ich das riskieren? Ich habe gerade relativ viel. Soll ich das riskieren? Ja, ich habe gerade relativ viel. Soll ich das machen? Ja, ich habe gerade relativ viel. Wie soll ich das machen? Ja, doch, 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 das riskiere ich. Was machst du das? Was machst du denn? Äh, Stachel, Schrauben, Igel und Alexander Bittpache auf 6. Okay, Stachel, Schrauben, Igel und Alexander Bittpache auf 6. Okay, Stachel, Schrauben, Igel und Alexander Bittpache auf 6. Okay, Stachel, Schrauben, Igel ist ein Finger, oder? Ja. Ja. Deine Bittelfest ist so. Du kannst mich nicht mit ihm angreifen. Ja, ja, das ist mir klar. Findest du? Ja. Dann darf ich ziehen, ne? Ja. So, ich brauche, ich brauche was. Ja, hilf mir doch. Ne, ich gucke nur, ich sage nichts. Ja, nein. Das weiß ich nicht. Wo geht denn? Ich brauche mal noch Hand jetzt. Ich habe zwei Kappen verdeckt. Ich spiele einmal in eine verdeckte Teilungsposition. Ja. Ja. Und was nun? Ja, aber ich bin schrecklich. Wie viel hast du? Ach, jetzt ist es 2,6, ne? 2,6 oder 2,2? Was willst du machen? Ich glaube, die Viren mit Glück, sagst auf ihn und mach dem, muss dann der weg. Das nervt mich. Aber wie viel bekommst du? 500. 500 bekommst du drauf. Wie viel hat dein? 2,2. Ja, und ich krieg zwei,3. Also es ist weg. Bye, bye. Du hast noch mal 100 Chung gekriegt. Ja. Ja wau 100. Okay. Ja? Von mir aus ist es okay. Beinest du gut? Nein, ich habe noch nicht beinahe. Du überlegst noch. Das ist jetzt eine schwere Entscheidung. Ah ja, stimmt. Wenn du jetzt irgendwas rufen willst, kannst du nicht mehr. Weil du... Ja, ich weiß, vielleicht auch nicht. Aber ich beinahe dann. Ich bin mal so. Sag mal, wie lange sind eigentlich die Richtfälle nach draußen? Schon weg? Ja, das sind meine zweiten. Die ich eben gerade gezogen habe, ich habe die erste... Ich hätte doch nur einen Decker ab. Zweimal. Zweimal, ja. Dann such mal nur eins, zwei, drei. Das war's. 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 Dann... Scheiß drauf. Da sah euer Oaken. Nahtu. Ich sage dir die Handkarten. ...Austausch. Nahtu? Zei bat euer Handkarten. Uhicker, aber... Ich ordentlich doch wasi您 aus... Er darf sich eine aussuchen. Ah, bitteschön. Welche hic du denn da? Hmm! Was sehe ich denn da? Er nimmt sich das Schwarze Loch. Pißko. Ach, ich darf mir auch eine aussuchen! Du kannst dir auch eine aussuchen, ja. Willst du damit was anfangen? Ich hab noch den hier. Als Gerümpel-Sinkronisieren. Ich hab noch den Gerümpel-Sinkronisieren. Ich hab noch den Gerümpel-Sinkronisieren. Mit dem könntest du vielleicht was eher anfangen. Mit dem kann ich überhaupt nicht. Willst du keinen Synchro machen? Ich hab noch keinen. Ich benutze keinen Synchro. Synchros sind für mich. Ich hab ja schon gelegt. Ach, bin ich blöd. Ich hab schon gelegt. Ja, genau. Du kannst es machen. Ich hab ja schon gelegt. Das ist ja mein Pech. Angreifen, was du ja für ihn nutzen willst. Mit welchem Untergang? Ja, ich überleg erstmal, dass ich geskiere. Und der Austausch ist auf dem Friedhof. Wir haben mittlerweile weniger. 2-4 auf verdecktes Monster. 2-4 auf verdecktes Monster. 2-4 auf verdecktes Monster. 2-4 auf verdecktes Monster. 2-4 auf... Nein, Verteidigungsmonster. Gibt es? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Der muss jetzt... Wie fast? Ich zähl... Du darfst eine Karte ziehen. Du darfst eine Karte ziehen, weil es angegriffen hat. Und, warte mal, wie viel hast du verloren? Mit dem... Du, du hast... Und ich... Und ich mach mit 2.600. Stop, ich hab die Höhre. Geht, die Brecher seid bei. Der Sakurizu, was meinst du? Ja, meinst du, Entschuldigung. Ja, mach ich schon. Voll schlimm. Okay. Von mir aus. Von mir aus? Welches? Ach, du hast ja noch einen auf der Hand, ne? Ja, ey, warte mal. Oder? Ja, ich beende erst mal so. Ja, gut, dann... Dann bist du dran. Nach deinem Zug sind meine Höhre. Nicht schwarz wieder weg. Ja, ja... Dann hab ich noch einen Zug langen Glück. Ich nehme einmal zur Verteidigungsbesitzung. Ja, ja... Ja, ja... Ich nehme eine Karte verdrücken bei mir. Okay. Ich ziehe. Entschuldigung. Das ist gut. Das ist gut. Äh, das riskiere ich. Das riskiere ich. Das riskiere ich. Ich verliere manchmal den Überblick, was die Lebenspunkte angeht. Es ist natürlich auch nichts gefallen. Davor habe ich ihn nur 2400 Schlammacht mit 100 Zettel. Und er hatte nur 700 als Verteidigung. Ja, also habe ich... Aber es ist... Ja, aber das ist kein... Das hat kein Trampele-Effekt, oder? Nein. Na, also verliest du doch keine Lebenspunkte, wenn du einen Verteidigung gespielt hast. Ja, wer hat mich doch mit... Ach, stimmt. Ich habe mich jetzt gleich unterstützt. Ich habe keinen Lebenspunkte drin. Ja. 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 Scheiße. Ich bin schlecht hier. Ich wollte hier nur mal gesagt haben. Ja, okay. Jetzt geht das. Ja. Nein, 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 nein. Schade. Nein, 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 nein. Ähm. Ähm. Erstmal. Erstmal das. Weg gerade. Was hast du gesagt? Was hast du gesetzt? Schatzes Loch. Schatzes Loch. Guck jetzt mal, ob du nicht noch irgendwas verdeckt hast, was du dagegen nutzen kannst. Okay. Okay, alles klar. Dann beide Monster weg. Ähm. Und dann nämlich, weil die Verteidigung schon später gehen wird. Ja, alle Monster... So, das geht auch weg. Ja, beide Monster gehen weg. Dadurch absolviert sich der Effekt, wenn das auf dem Verteidigung geht. Ich darf wieder eine Karte ziehen. Okay, von mir aus. Dann... Ja, und die nützt dir nichts mehr. Die du gezogen hast. Die du gezogen hast. Die du gezogen hast. Kartenzerstörung. Alle Handkarten weg. Und du darfst sie selber anziehen. Ziehen. Ich darf nur zwei ziehen. Ähm. Eins, zwei... Eins, zwei, drei, vier... Fünf. Fünf. Und du bekommst eine zurück auf deinem Friedhof. Genau. Wo ist meine schwarze Karte eigentlich? Die du hattest? Ähm. Das ist hier. Die muss ich in meinem Friedhof nehmen. Genau. Fünf. Eins, zwei, drei... Ja. Das ist ja fast wie vollziehen, oder? Sehr schön. Ui. Das sieht schon mal sehr gut aus. Aha. Ja, das ist auch nicht schlecht. Ja, super. Nichts immer durch. So viel ist mir nicht übergebracht. Du bist dran. Du bist dran. Ich darf eine Karte ziehen. Ich habe erst fünf. Ja. Fünf. Fünf. Tats. Eine Karte verdeckt. Ich und dann in. Dann in. So, ich. Ich aktiviere Gift des alten Mannes. Gib mir 1,200 Lebenspunkte wieder. Dadurch hast du mir nichts abgezogen. Ich kriege sogar 100 mehr. Also habe ich jetzt 8. Nee, sogar mehr. 8,3. 8,3. Warte, warte. Wie viel hast du bis jetzt verloren? 900. Ja, so 8,3. Ja, 8,3 bekommst du. Hast du jetzt. Schön. Ich muss noch was. Ähm. Machst du noch was? Ja, ich kann ja noch Monster beschwören. 1. 1. 1. 1. 3. 1. 3. Der spielt auch Verteidigung, ne? Ja, ich weiß noch, was er kommt. Ich glaube wir müssen wir ganz kurz cutten. Kote machen wir gleich weiter. Ja, und dann machen wir weiter mit den Duell. Das sind immer schnell gesieden.